Was sehen Sie? Moment, Moment. Lassen Sie es auf sich wirken. So ein Aufgang ist nicht wohl. Doch ist er. Ich sage Ihnen, er ist es nicht. Sonnenaufgang ist rot und rot ist Sonnenaufgang. Sie meinen, man kann die Menschen nur fein säuberlichen Charaktertypen einteilen. Sie meinen also die vielfältigen Neuancen der komplexen Psyche wären tatsächlich so verdammt. Pollock ist Emotion und Rothko ist Intellekt. Man kann die Menschen nicht nur noch aufhören. Ich kann die Menschen nicht nur noch aufhören. Untertitelung des ZDF, 2020